Zur Unterstützung in der Aport-Ausbildung eignen sich hervorragend die Wildgerüche Send4Dogs von der Firma Wildmagnet. Diese gibt es in fünf verschiedenen Geruchstoffen für Fuchs, Hase, Kanin, Ente und Fasan. Sie sind 100 Prozent aus Naturwildgerüchen hergestellt und im Konzentrat in einer Pumpsprühflasche. Damit lässt sich der Geruchstoff sehr einfach und sehr gut auf unterschiedlichen Oberflächen auftragen. Ihr könnt dafür ganz normale Dummies verwenden oder auch den zum Beispiel den Entendummy, um damit an Land eine Schleppe zu ziehen oder am Wasser den Aport aus dem Wasser vorzubereiten.